Ja, herzlich willkommen zu den Messerworld Shorts. In diesem Fall ein Special aus Solingen von der Neif 2023. Wer natürlich nie fehlen darf, unsere Freunde von Böker, die hier für Solingen exklusiv das kleine Micro-USB-Mini-OTF. Ja, und vermutlich ist das Geräusch des Micro-OTFs das Signature-Geräusch der diesjährigen Neif 2023. Ich habe schon viele Leute mit genau diesem Messer gesehen und bald im Juno ist es auch bei uns im Shop erhältlich.